Hallihallo meine Nüsse und willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Wir spielen ein schöner Tag ist die Mission, glaube ich. Auf jeden Fall ist der Plan für diesmal besser zu spielen, als bei der letzten Aufnahme. Mal gucken was funktioniert. Sie treffen sich mit der 6. Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Bohrinseln Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders wenn wir so an 627 rankommen. Ja gut, die Thematik mit den Menschen die Schutzschilden ist halt immer so ein Ding. Den kannst du nicht bringen. Außer du lässt es wie ein Unfall aussehen. Mein Spaß. Okay, das ist auch. Ich bin mal gespannt, wie es grafisch aussieht. Das ist halt so awesome. Transport von Team 1 unterwegs. Hotel 6 auf Kurs 019. Das ist schon geil. Weil das Eis irgendwie, keine Ahnung. Das Eis sieht auf jeden Fall weh aus. Da gab es gerade mal so ein Megalick. Jetzt das andere U-Boot aufgetaucht ist. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. Cool. Okay, also der Plan ist, wir müssen die scheiß Bohrinsel einnehmen. Und die Geisel befreihen. Team 2 ist beim Ziel. Sollten wir glaube ich hinkriegen. Geil. Da auch für die, die sich immer fragen, was der Daumen beim tauchen soll. Beim Tauchen ist das, heißt der Daumen hoch nicht, jo verstanden oder okay. sondern aufwärts. Dieses, äh, verstanden okay ist eher dieser runde Finger. Wieso kann ich? Ich hab grad weht. Das war grad weht. Auf jeden Fall hatte ich vorher schon zweimal EV gedrückt. Ja. So. Ähm. Er wollte aber nicht. Wachsam bleiben, Leute. Oh, rennt der Kapitän aber vor. Sichtkontakt beim Geländer. Feuererlaubnis erteilt. Schalldämpfer einsetzen. Wie. Zivile Geiseln bei ihrer Position. Vorsicht beim Schießen. Roger. Team 1 wird stürmen. Ja. Zack. Springst du ran? Haben wir. Was soll das schon mal? So ne Thermalknarre. Kommando, wir rücken zu Deck 2 vor. Nach oben, dieser Bereich ist gesichert. Ja, doch. Was ist denn der Käpt'n eigentlich? Da vorne? Nee, das ist Vision. Sektoren beobachten. Feindlicher Heli auf Patrouille. Aufpassen, Hotel 6. Roger. Das ist der Käpt'n. Feindlicher Heli runter. Ja. Der gute Ghost. Hm. ATV. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Alter. Das ist, wenn man halt zu nah da rankommt, dann geht die ganze Geschichte halt weg. Ah, hast du. T4 platziert so. Erhöhte Position beziehen. Okay. Davon gibt's ja hier nur eine. Komm. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Warten. 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 Ich warte. Darf ich? Darf ich? Okay. Äquation. Äquation. Geil. Okay. Ey komm, du hattest es aber eigentlich. Alles klar, weiter geht's. Oh, da hockt noch einer. Oh, warum hänge ich denn jetzt hier? Gut. Geil, da hauen sie mir den Boden ab. So, weiter geht's. Wir haben halt noch das Problem, dass der Heli da noch ist. Man hört ihn ja schon. Äh. Äh. Kommt der Heli jetzt mal rum? Geil. Wacht. Leute. Oh. Fuck. Komm. so heute jetzt ist aber wie viel feinde sind denn da vorne schon wieder dass ich hier eine kugel nach der anderen abkrieg wie man verloren ok was was der war an der treppe ich gehe nach hinten drücken also bin im nachladen und auf einmal steht er vor mir diesmal habe ich aber auch die volle waffe jetzt muss der captain mit dem rumsteigen oder auch nicht er steht auch genau so dass ich nicht an ihm vorbeikommen ich habe nichts gesehen entschuldigung so der ist weg welcher fässer denn auf der ganz anderen seite ja ich auch ich glaube wir haben erstmal alle wo wir haben wir nicht da auch keiner aber jetzt haben wir sie alle cool so so wir können schon mal die skar wechseln ja sie hat nix wow Den haben wir. Den haben wir. Ey, bleibt doch mal geschmeide. Ich muss hier erst mal aufruhen. Ey, das ist Ghost. Da ist noch einer. Wo ist die Granate da hinten? Okay. Okay, den haben wir auch. Das ist immer noch Ghost. Den haben wir auch. Okay, das ist Ghost. Der auf einmal neben mir steht. Ja, erst mal muss ich... Wow. Und hier in der Ecke steht auch noch einer. Ah, steht der Käpt'n da. Nee, das wollte ich nicht. Wollte verstoßen. Verstoßen. Sicher. Raum ist sicher. Geil. Schöne überall C4 an den Ölfässern. Geil. Schön, schön, schön. Ich glaube, das war es ja auch schon mit der Mission, ne? Ja. Gucken wir nochmal die Aussicht hier an. Und flexen mit der Waffe. Das ist immer ganz wichtig. Wobei, ich mag die Ska gar nicht so. Die hatten mir zu wenig Munition. Oh. Ja, da hinten ist die nächste Borense. Da auch. Schönes Baufeld. Okay, das war es für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.